Die verschleiernde Eigenschaft von Tamas Kommentar zum 114. Vers des Viveka Chudamani von Shankaracharya Shankara schreibt Auch wenn man noch so intelligent und gelehrt ist, geschickt und scharfsinnig in der Selbstbeobachtung und selbst wenn man sich in den Schriften auskennt, erkennt man, solange man von der Trägheit des Geistes, Tamas, überwältigt ist, das Selbst nicht, sondern man hält aus Unwissenheit dasjenige für wahr, was als Trugbild auf das Selbst projiziert wird und identifiziert sich mit dessen Eigenschaften. Ach, wie machtvoll ist die verschleiernde Kraft von Tamas. Tamas ist zum einen die Trägheit, Tamas ist auch die Dunkelheit, Tamas ist die Verschleierung. Auf der einen Seite, du weißt, wie wichtig Meditation ist, du liest die Schriften und so weiter und du hast jetzt schon so viel gehört. Warum setzt du es nicht um? Tamas. Du hast so häufig gehört, es ist nicht gut, egoistisch zu sein. Warum setzt du es nicht um und bist jetzt für andere da? Du hast so häufig gehört, du bist nicht der Körper und die Psyche. Warum legst du das jetzt nicht ab? Auf der einen Seite ist es Rajas Getriebenheit, auf der anderen Seite, so ist es halt gewohnt, so ist der Schleier der Unwissenheit und so ist es Trägheit. Vielleicht, ich hoffe, meditierst du jeden Tag. Aber mit welcher Intensität meditierst du? Mit welcher Wachheit? Tamas kommt immer wieder. Du hörst mir jetzt zu. Aber mit welcher Intensität? Tamas. Immer wieder da. Überwinde dieses Tamas. Erfahre dein wahres Selbst.